Geil! Wo? Nein, ist geil! Ähm... Es ist doch ein Zweisitzel in der Fahrt, oder? Ja, ja... Alter, was ist hier los? Komm mal rein! Ich höre immer noch fünf Sterne! Ja, ja! Viel Spaß dir! Ich schwinde! Melde an Zentrale, we are really deep shit! Kannst du nicht fliegen? Normalerweise kann man jedoch schon fliegen. Nein! Ich hab immer noch Hunger. Das war eine Bilderbuchlandung. Kann ich nicht, weil ich fahre.